Hallo Willi, bitte für ein hohes Jahr das Spiel. Mr. Mauf, das ist von Tommy. Das ist für Kinder ab 5 Jahre, für 2-4 Spieler. Rezensionen, Emotionen, Videos blocken und mal loggen. Seit 10 Jahren spielen Narren. Lebt 3 mal hoch, klicken, nabbelnd. Und hier haben wir auch Mr. Mauf. Und in der Praxis zeigen wir mal, wie das Ganze abläuft. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also Altersempfehlung auf jeden Fall 5 bzw. 6 Jahre. Ich will nochmal öppchen, ob ich alle reinschne. Ja, noch ist Mr. Mauf ja nicht aktiv. Mr. Mauf. Mr. Mauf, genau. Noch kann man reinschießen mit dem Fliegen. Das ist auch die Aufgabe der Spieler. Aber wenn Mr. Mauf aktiviert wird, dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und wir noch alle reinmachen. Richten. Okay. Rezensionen, Emotionen, Videos blocken und mal loggen Seit zehn Jahren spielen Narren, lebt dreimal hoch, klicken erbünd